Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einfach wissen ja ihr habt gesehen Fortuna Düsseldorf war also zu Gast bei Dynamo Dresden und da Dresden natürlich auch ein Teil von Sachsen ist haben sich die Fans von Fortuna Düsseldorf hier ein ja vielleicht lustigen Fangesang ausgedacht das ganze natürlich hoffentlich mit einem Augenzwinger noch manchmal so ein bisschen zu sehen je nachdem wie man dann natürlich auch zu der ganzen Debatte steht ich fand es aber trotzdem in erster Linie sehr unterhaltsam muss ich sagen und fand es sehr lustig ja schreibt mal in die Kommentare wie ihr das Video fandet das ganze ist natürlich eine sehr sehr hitzige Diskussion dass man natürlich jetzt auch nicht den den Osten da komplett über den Kamm schert ich glaube das ist hochgradig ungerecht aber trotzdem ist die ganze Debatte natürlich zu Recht da und sie will ausdiskutiert werden und ja was schreibt ihr zu dem Video sagt einfach mal unten in den Kommentaren und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal